Das sind 800 Menschen, die da sind, von dir zu lernen, Alter. Jetzt erst recht. Jetzt zieh ich erst recht durch. Wie bist du persönlich zum Tanzen gekommen? Ich habe zum Glück in meiner Generation die Jugendzentrum-Zeit erlebt. Dort habe ich das Tanzen kennengelernt, da habe ich auch nicht nur Tanzen kennengelernt, da habe ich auch Rap kennengelernt, da habe ich mit den Leuten einfach Basketball gespielt, Fußball gespielt, das Leben genossen. Früher gab es ja immer an den Jugendzentren so kleine Diskotheken so, freitags oder samstags so und da waren auch die ersten Battles. Genau, und so habe ich meine erste Erfahrung gesammelt im Jugendzentrum. Das war das beste Leben, nicht TikTok, nicht Instagram. Einfach live, real-life-shit. Wenn du Jugendzentrum sprichst, ich kenne das ja auch selber aus meiner Jugend, natürlich auch immer viel Musik verbunden, vor allen Dingen auch Hip-Hop Musik eigentlich immer gespielt. Als du so ins Tanzen reingekommen bist, was für eine Musik lief zu der Zeit, was war so in, womit hast du angefangen auch zu tanzen, zu was für einem Sound? Das war die Zeit, wo der Film Streetstyle rauskam. You got served. Mit O'Marion. Genau, genau, genau. Da war der Hype da, so. Deswegen war ich auch immer schon mit Rap-Musik in Kontakt, so auch vor der Zeit. Mein größtes Idol war 50 Cent. Genau, durch ihn so bin ich in Rap-Musik reingekommen. Mein Vater selber ist auch DJ, so deswegen Musik lief eigentlich im 24-7 bei mir zu Hause. Aber so die Interesse zum Tanzen und das Feeling, so Tanzen zu observen, kam echt durch Rap-Musik. Durch Rap-Musik. Genau. Hast du da so besondere Artists, die dich zu der damaligen Zeit inspiriert haben oder beeinflusst haben? Ja, damals war, wie gesagt, auch wenn 50 so Raw war, er hat so, keine Ahnung, wie man das so in meinem Stil sieht, so ich bin dennoch auch der Raw Hip-Hop-Tänzer und nicht so technisch so. Deswegen konnte ich mich schon sehr schnell mit seiner Musik identifizieren. Ludacris war der Shit damals, Busta Rhymes, so selbst Nelly auf Nelly Songs habe ich auch damals getanzt. Eigentlich 2000er Zeit war, konntest auf alles tanzen. Missy Elliot, Timberland, das waren die besten Beats und die besten Sounds. Hast du so ein Highlight, eine Geschichte, ein persönliches Erlebnis, was so sehr, sehr einprägend für dich war? Ich war 2017 in Argentinien. Ich war so ein Dude, ein junger Teenager aus Aachen, der angefangen hat zu tanzen, weil er Spaß damit hatte und sein Ding durchziehen wollte. Kommt irgendwann nach Argentinien, um da zu unterrichten und da ein Battle zu judgen. Ich steppe in die Halle, das war eine ziemlich große Halle und ich sehe da einfach ungefähr um die 800 bis 1000 Leute. Und ich denke, okay, das Event findet statt, so alle sind am Start. Und dann sagen die mir, okay, du musst jetzt auf die Bühne, dein Workshop geht jetzt los. Und ich so, ich habe einfach vor 800 Leuten einen Workshop gegeben. Alle Menschen. Und das Lustige war auch an Südamerika sehr besonders, wenn ein Event stattfindet in Argentinien, die haben halt nicht so viel Kapazität so in den anderen Ländern. Das heißt, Brasilien kommt vorbei, Peru kommt vorbei, Chile kommt vorbei, Uruguay. Und wie gesagt, da stand ich da einfach vor einer Crowd, Alter. Und die sind alle wegen mir da. Und das hat mir so, mir sind fast die Tränen gekommen, Alter. Weil das war so eine kleine Bestätigung, Alter, siehs mal, wenn du irgendwas durchziehst, guck mal, wo du sein kannst. Und nicht darum, dass jetzt 800 Menschen dich irgendwie hypen oder sonst was. Nee, das sind 800 Menschen, die da sind, von dir zu lernen, Alter. Und das war so mit einer der prägendsten Momente, wo ich sage, jetzt erst recht. Nicht, ich bin jetzt irgendwas, jetzt ziehe ich erst recht durch. Weil, wie gesagt, es bewirkt echt gute Sachen. Das ist ein guter Anspruch, glaube ich. Voll. Voll. Und das war so einer der prägendsten Momente, glaube ich. Definitiv. Wie ist das so mit der Influence? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel Musik guckt, UK würde ich sagen, in Europa ist ... ... wahrscheinlich auf Platz eins, was so die Aufmerksamkeit angeht, was die Musik angeht. Voll. Wie ist es beim Tanzen? Wer sind so da die Stärksten in Europa? Hip-Hop meiner Meinung nach ist ... ... Deutschland Nummer eins. Ja? Ja. Okay, nice. Deutschland ist Nummer eins, finde ich. Gibt's krasse Leute, Marjit, gibt's Bataja, gibt's UK, so ... ... ich rede nicht von mir, aber wir haben echt viel schon gerockt, so, und haben auch ... ... sind ins Ausland gefahren und haben die in deren Städten schon auseinandergenommen. Und haben Deutschland Repräsent, es ging nicht darum, irgendwie ... ... wir wollen krass sein, wir wollen Deutschland auf die Map tun, und das haben wir definitiv getan. ...